Baby-Daddy-Enthüllung, Loredana Wollny ihren Freund Loredana Wollny, 18, gewährt erstmals einen Blick auf den Vater ihres Kindes. Didi Wollnys Protagonistin war vergangenen Monat zum ersten Mal Mutter geworden. Über ihren Freund, den Neupapa, ist kaum etwas bekannt. Hin und wieder gab es mal ein Pärchenfoto. Jedoch wurde das Gesicht des Mannes bisher immer versteckt. Nun teilt die Blondine zum allerersten Mal ein Bild mit ihrem Liebsten, auf dem er ganz zu sehen ist. Die 18-Jährige teilt auf Instagram den Schnappschuss mit ihrem Liebsten. Das junge Paar sitzt offenbar in einem Restaurant und genießt Zweisamkeit. Loredana wählt als Bildunterschrift, wo Liebe ist, wird das Unmögliche möglich. Spielt die TV-Bekanntheit damit auf die Schwierigkeiten einer jungen Mutterschaft an? Zumindest halten die frisch gebackenen Eltern offenbar zusammen und sind wohl glücklich. Die Neumama gab bereits zu, manchmal überfordert zu sein. Manchmal ist es echt viel. Aber ich mache alles super gern und es macht mir sehr viel Spaß. Auch war ihr wichtig zu betonen, dass sie viel Hilfe bekomme, Ich habe eine super Familie und einen super Partner, die mich mega unterstützen. Anführungszeichen Die Neumama